Ja Freunde, geht es euch gut? Ich hoffe ja, ihr habt es gelesen und ihr seht es auch schon, es geht wieder um die Dark Edition und zwar ist die Dark Edition endlich vorbestellbar und das wollte ich euch einmal nur kurz mitteilen. Viele haben mich ja in den Kommentaren als auch per Nachricht gefragt, wann endlich die Dark Edition vorbestellbar ist oder wo man die vorbestellen kann. Momentan habe ich leider nur den Link von Amazon für euch. Ich glaube bei GameStop kann man die nur im Laden vorbestellen, so war es letztes, war es ein Jahr, war es auf jeden Fall so gewesen. Vorbestellerbonus, so wie es jetzt momentan aussieht, wird es nicht geben. Ja, das muss ich mal so sagen, wird es, finde ich ein bisschen schade. Im GameStop gibt es glaube ich eine Swapforce-Figur gratis oben drauf und in einigen auch ein Poster, aber das ist auch nicht überall. Und wir gehen noch einmal eben schnell durch Freunde, für die Leute, die sich noch nicht schlüssig waren, was nochmal in der Dark Edition drin war. Hier sehen wir es, also es gibt es für die PS4, für die Xbox One, für die PS3, für die Xbox 360, für Wii U und Wii, da werden wir gleich noch zukommen. Drinnen enthalten ist natürlich die Chaos Trophy, die spezielle Chaos Sachen halt freischaltet. Welche das sind, weiß man bis jetzt noch nicht. Dann haben wir natürlich drin den Dark Spitfire, der ist in jedem Set drin. Dann haben wir Dark Hot Steak auch in jedem Set drin. Dann haben wir Dark Super Shot Stealth 11 und Dark Sea Shadow, das sind die in dem Playstation und Xbox Paketen. Hier sehen wir nochmal ein paar kleine Screenshots. Donkey Kong, da kommen wir jetzt nämlich zu. Und zwar gibt es die Dark Edition auch für die Wii U und dort ist der Turbo Charge Donkey Kong, Spitfire, Hot Streak, die Chaos Trophy und der Dark Barrel Blaster drin. Und in dem normalen Wii Pack, was 10 Euro weniger kostet, also das Pack kostet 100 Euro eigentlich und das normale Wii Pack kostet halt 89, 99, was ich mir schon vorbestellt habe. Natürlich ist der Dark Spitfire drin, der Dark Hot Streak, das Auto, dann Chaos Trophy und Hammer Slam Bowser mit seinem Clown Cruiser. Ja, natürlich ist dort drin auch nochmal das normale Portal und ja Freunde, ich würde sagen, wenn ihr dort vorbestellen wollt, unter der Beschreibung haue ich euch den Link auf jeden Fall rein. Geht dort auf eure Konsole, geht dann unten weiter auf die Dark Edition und dort könnt ihr die dann vorbestellen. Seht zu, weil letztes Jahr bin ich der Meinung, war die recht schnell ausverkauft gewesen und gerade für Xbox One gab es die ja gar nicht. Und deswegen bin ich umso mehr erfreut, dass es die dann, die es ja dann auch für Xbox One, ähm, ja, Inhaber gibt, weil letztes Jahr war wirklich ein ganz großes, ähm, Ausmaß gewesen, dass, oder, ähm, Aufregung, dass es das nicht für die Xbox One gab. Aber halt jetzt und dann kann man auf jeden Fall mal die Dingen zuschlagen. Wenn ihr über Amazon bestellen wollt und über meinen Link unten in der Beschreibung geht, dann unterstützt ihr mich, ähm, kostenlos, also ihr bezahlt eure Nummer und unterstützt mich dann dabei, ja. Da möchte ich erstmal jetzt schon mal vielen, vielen Dank sagen für die Leute, die mich dann halt unterstützen. Und, ähm, wenn ihr woanders vorbestellen wollt, Freunde, dann ab nach GameStop oder nach, ähm, Toys R Us, da müsst ihr dann wahrscheinlich in die Läden gehen. Da würde ich mich auf jeden Fall dann mal erkundigen, dass ihr dann auf jeden Fall sofort, ähm, mit auf der Liste steht, dass ihr das Ding dann auch vorbestellt habt, damit ihr dort auf der sicheren Seite seid. Morgen gibt's das, ähm, Fantreffen-Video von der, also für, für die Games, das Fantreffen-Video auf der Gamescom, kommt morgen. Ja, ich weiß noch nicht genau, welche Uhrzeit, ich werde das jetzt gleich noch schneiden und dann, ähm, hau ich euch das morgen raus, dann habt ihr dort auch schon mal die Informationen. In dem Sinne, Freunde, vielen Dank fürs Anschauen zu, äh, alles andere auch. Und, ja, äh, viel Glück beim Kauf der Dark Edition und in dem Sinne, haut rein. Hmmm, gate市 tok, isn't REALLY clean.